hallo und willkommen wieder zurück zu the legend of zelda a link to the past dieses mal wollen wir zu wüsten sieht den sechsten dungeon und ihr merkt ich habe das master schwert nicht dabei wie gesagt sechster dungeon ohne das schwert oje na dann viel spaß aber das gute ist ich habe immerhin noch meine items dabei genügend dungeons vorher gemacht haben dürfte das kein problem sein hammer haben wir ja geht ja auch als waffe erstes keller geschoss okay magier haben wir wollen hätte die das ist gut hoppala böse falle oft strahlend nach mir zu feiern feuer nir erwischt erwischt ja also tür geht doch auf dankeschön okay zwei eingänge ich gehe mal hier durch mal vor wo war ja nicht magie klauen es ist das hier aha das ist wahrscheinlich so ein runway weg was bringt es wenn man nach unten gehen gar nichts das wahrscheinlich die rückroute man merkt sogar noch die schwert animation aber wir haben das schwert nicht mal dabei hier ist die kiste okay dann wissen wir schon mal wo sie ist wenn wir den schlüssel haben das ist gut dann müssen wir runter das ist man nur sagen viel erfolg link okay beteiligt hammer 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 okay tasten kann ich jetzt gerade mal nicht nee das sind keine sprengbaren wände das muss mit der bombe passieren da gehe ich so rüber erledigt habe kein schlüssel noch mal rüber kostet zwar magie ja ist einmal der hammer oski ja der soll mal zurückgehen danke verschlossen spring ruhig schön darüber ein schlüssel wird benötigt kommen also auch nicht durch das ist aber ein labyrinth hier hoppala hat nach unten so den getreuen hammer gut dass wir den dabei haben das sind kleine fallen oh toll was sind das für gegner gut dass wir die rüstung haben okay das kann ich nicht freischlagen dazu fehlt mir das item ich habe kein schwert da fällt auch wieder darunter nee das hat die tür geöffnet kann ich nicht jetzt sind geht nicht ich muss das schwert haben die medaillons toll das heißt wir sind jetzt nur auf die einfachen dinge gerüstet gut dass wir den gang hier schon offen haben schlüssel könnt helfen ok 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 hier ist ja so viel mit dem hammer betätigen schlüssel oh oh jetzt kann man ok fluch wohl gebrochen habe ich getroffen worden ich gehe da mal durch oh da wollte ich jetzt aber nicht entlang der fahrt führt irgendwo hin ok klar kurz mal verflucht freite ich mal link if you have to go to the Aha. Oh je. Klar. Böser geht's für Fallen aber auch nicht. So. Können wir sicher an den Schlüssel ran. Karte. Gut, dass wir diesen Stab haben. Oh. Wir sind hier wieder. Bisschen Magie. Da kommt es. Einmal die Ebene tauschen und wieder tauschen. Ja, da ist ein Durchgang. Schwert Animation aber was bringt die gerade gar nichts. Da haben wir schon mal einen Schlüssel. Ah, ich weiß wo wir sind. Oh. Das war wieder eine Fee. Hoffentlich finden wir noch mal wieder welche. Oh. 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 mehr das hat was geöffnet das war fehl nummer zwei ja klar schwingende plattformen jetzt ging es wieder zu hätte sowieso noch nach oben geführt ja klar hört auf euch zu bewegen plattformen jetzt auch schon wieder nach oben 8 bomben ok jawohl habe ich noch mitbekommen volle magie er hat geschoss ja ungefähr kommt er auf einmal her habe ich dich jetzt okay sind auch kerzen was hier sarahsler entzünde die vier fackeln und der fahrt wird sich dir öffnen ich soll fackeln entzünden so jetzt brauchen wir den feuerstab oder erst mal erst erstmal die gegner unten ist das ja noch okay okay ich brauche mal herzen okay ich weiß von denen sind das denn nur verschiebungs versuche machen ihr wollt noch ein herz und anzünden ab zur nächsten kammer vorher starten die hand und anzünden irgendetwas hat sich jetzt bewegt und hier sollte man runterfallen und hier sollte man runterfallen hier ist der biegschluss schlüssel den kammer gebrauchen ja passt ja okay jetzt sind wir schon hier automatisch sagt diese kammer auch die hat uns zu fast zur tür hin teleportiert da wollte ich jetzt aber nicht rauskommen so nein flammen du tust mir nix zweimal der ebenen wechsel ist zu andersherum okay klappt oh jetzt einmal schön die kerzen anmachen und rein in den raum kompass okay okay jetzt müssen wir noch zum großen zur großen kiste dann haben wir schon mal das item dann ist es auch nicht mehr so weit bis zum boss bisher läuft das eigentlich gerade schon halbwegs gut oh soll man in meiner tasche gucken eine fee noch okay ich glaube danach ist feenauffüllung gedacht vorher hier weitermachen oder andere items laufen laufen und dann ist es auch nicht mehr so weitermachen und dann ist es auch nicht mehr so weitermachen eins ist klar wir wissen schon mal wo es weitergeht und das ist jetzt nicht sehr weit weg vom eingang fehenauffüllung wäre schlau zurück zum eingang und dann haben wir aber geschafft zu bergen ohne das schwert so höchsten palast habe ich das jetzt aufgebaut einmal zum hexenladen das blaue sowohl leben als auch zauberkraft kaufen einmal lebens elixier und dann einmal den blauen das super elixier das gute ist dadurch haben wir auch noch ein schluck rotes gratis gekriegt und wir sind voller energie sei es wieder zurück haben an die hand ach ich bin da schon vorbeigelaufen hier perfekt nur denn ich würde mal so meinen beim nächsten video werden wir hier weiter fortfahren bei der wüstensee ja den letzten rest quasi jetzt noch zum boss raum würde ich mal meinen bevor das sonst alles hier wieder ein bisschen zu lang werden könnte weil zumal wir haben nicht das wasser schwert wir müssten gerade nur jetzt gerade darauf müssen wir auch verzichten die schönen amulette mit ihrer starken kraft aber das gute ist immerhin können wir die stäbe benutzen den hammer und sonst noch den bogen und ja und bei anderen nützlich items also passt ja schon eigentlich mit den hammer haben wir uns jetzt auch gut vorangekämpft was kann man dazu sagen zudem haben wir jetzt aus diesen dann schon ja den somaria stab geborgen also schon gut können wir meinen also falls euch das video gefallen hat daumen nach oben und das abonnieren nicht vergessen so verpasst ihr kein weiteres video von the legend of selda a link to the past und ja ich hoffe dass wir bald ist möglich wenn wir diesen dungeon geschafft haben dass der schmied endlich mit unseren masterschwert fertig ist das dann auch gestärkt ist natürlich auch ein bisschen mehr schaden macht klar wird sich dann nützlich ereignen bei den siebten dungeon den schildkrötenfelsen aber ja gut wir haben jetzt nur eine fehl lebenselektion super lexier müsste gut hinkommen müsste nur denn bis dahin alles gute haut rein bis zum nächsten video von the legend of selda a link to the past bis zum nächsten